Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin der Andren, darf euch heute diesen Audi A6 2 Liter Diesel vorstellen. Wir haben hier ein 2012er Auto mit 109.000 Kilometer gelaufen, mit einer sehr umfangreichen Ausstattung. Das soll aber gar nicht unbedingt um die Ausstattung gehen, sondern vielmehr um den Zustand des Fahrzeuges, weil wir haben viele Kunden, die sich online für sowas entscheiden. Das heißt, ihr kriegt es bis vor die Tür geliefert. Wir nehmen euer altes Auto in Zahlung, ihr könnt sowas finanzieren, optional eine Gebrauchtwagengarantie bekommen, die ihr sogar bei euch vor Ort in der Stadt verwenden könnt, wenn es kaputt gehen sollte. Ja, also Zustand, wir reden hier immer noch über ein elf Jahre altes Auto und dafür steht er wirklich richtig gut, da würde ich behaupten. Also klar, den ein oder anderen kleinen Steinschlag hat er. Das bleibt auch nicht aus, aber man muss auch dazu sagen, der Kostenbruchteil von dem, was er mal neu gekostet hat. Wir haben hier ein paar 19 Zoll Felgen drauf von Audi direkt mit einem schönen Dunlop-Reifen, vernünftig profil und vorne wie hinten natürlich das Gleiche. Guckt mal in den Innenraum. Ich denke, der kann sich auch sehen lassen. Ich mache mal eine Geruchsprobe. Hier riecht es wieder nach Hund, Katze, Rauch oder sonst irgendwas. Das Alcantara-Leder ist noch schön gepflegt. Die Sitzwange sieht vernünftig aus. Die ganzen Bedienelemente sind gut. Hier ist nichts abgekribbelt, abgeranzt oder sonst irgendwas. Also zumindest nicht übermäßig. Also von daher, der steht gepflegt da, würde ich sagen. Auch im Fondbereich ist alles tutti. Das Dach ist vernünftig. Gucken gern auch mal in Kofferraum, wie es hier aussieht. Die Rücksitzbank kann man umlegen. Da hat man ja in dementsprechend großes Ladevolumen. Bisschen doppelten Ladebeuten. Die ganzen vor Zohösen, dass man auch mal was feststellen kann von WC an sich. Findet ihr alles hier. Während ich so ein bisschen was über das Auto erzähle, gucke ich natürlich, ob ich irgendwas sehe an Kratzerbeulendellen. Gucke auch gerne mal auf dem Schweller bei einem gebrauchten Auto oder die Felgen. Hier ist einfach alles so, wie es sein muss. Und ich denke auch, dass der Kollege nie lange stehen wird, weil den 2 Liter Diesel gibt es nie ganz so oft. Also wenn ich das Interesse an dem hier geweckt haben sollte, wird es mich freuen, von euch zu hören. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr. Samstag 10 bis 14 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns gern an. Ansonsten haben wir hinten auch unseren eigenen Werkstattservice. Die nehmen das Auto auf die Bühne, drücken auf jeden Knopf, lesen den Fehlersprecher aus, weil wir wollen, dass ihr von uns ein gutes Auto kriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.